Marie Herzfeld war eine österreichische Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Übersetzerin. Sie nahm aktiv am literarischen und künstlerischen Leben an der Wende des 20. Jahrhunderts teil und stand mit Kollegen wie Marie von Edna Eschenbach, Karl-Emil Franzos, Rainer Maria Rilke, Gustav Klimt und Hugo von Hofmannstahl in regem Austausch, Leben und Werk. Die Tochter eines jüdischen, 1886 katholisch getauften Arztes übersetzte zunächst skandinavische Literatur. Begleitend erschienen ihre kritischen literarischen Essays zu zeitgenössischen skandinavischen Autoren unter anderem in der Frankfurter Zeitung und der Wiener Literaturzeitung. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts konzentrierte sie sich auf die italienische Renaissance und besonders Leonardo da Vinci, zu dem sie unter anderem eine Monografie veröffentlichte, die bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts beachtet wurde. Herzfeld war zwischen 1901 und 1919 als Vizepräsidentin, später als Ehrenmitglied im Wiener Verein der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen tätig und erhielt 1904 den Bauernfeldpreis, Werke, Menschen und Bücher, die skandinavische Literatur und ihre Tendenzen, Berlin U. R. Schuster und M. Löffler, 1898 digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Leonardo da Vinci, das Zeitalter der Renaissance.